Geil, jetzt können wir auch die Teile wieder auch aktivieren. Die muss man irgendwie umcraften können. Ich muss den einfach nur in ein Crafting-Table legen, soweit ich weiß. So. Oder was brauche ich dafür nochmal? Ähm. Shape-Crafting. Shapeless-Crafting. Warum geht das jetzt nicht? Ne, das ist was anderes. Ja, das ist was anderes. Aber trotz allem, es sieht cool aus. Also dann lass ich's mal. So Freunde. Und diesmal wieder zurück zu Minecraft Brave. Ich freu mich auch gerade, warum ich Schnelligkeit hab. Speed 2. Ähm. Ich zieh nochmal meine Rüstung aus. So. Naja, ich weiß auch nicht, weshalb. Naja. Aber, ähm, auf jeden Fall. Ja, ihr seht's hier schon. Ähm. Ähm, unser Haus. Ähm, unser Haus. Ich frag mich grad nur, wer hier baut. Also, unser Haus von Fossel und mir wurde leider zerstört. Und zwar, es war sogar ein gezielter Anschlag auf unser Haus. Denn, wie ihr seht, die anderen Häuser sind eigentlich gar nicht oder kaum angegriffen. Und zum Beispiel hier noch von jemandem dann noch, ähm, ja, ich glaub das von Zipfer, Chris, Chrissy, ähm, wurde auch hier etwas zerstört. Und, ja, und hier ist, glaub ich, auch noch was. Und, ja. Und hier oben ist auch noch, ähm, was passiert. Aber Blackhand hat zum Teil aufgebaut. Da bedanke ich mich schon mal. Ich muss das jetzt nur noch hier weiter aufbauen. Also, das bedeutet, ich brauch sehr viel Stein. Und ich glaub, das haben wir noch genügend, und wir haben, und ich glaub, wir haben noch genügend oben. Bei uns im Haus. Und, ja, deshalb. Und ich weiß sogar, wer es war. Ich sag nur den Namen nicht, um halt eben irgendwie ein Hate oder so. Ähm, halt eben zu vermeiden. Aber auf jeden Fall, ähm, was ich noch cool finde. Und zwar, ich hab jetzt auch nochmal, gestern kam zwar kein Video, aber, ähm, ich hab gestern halt eben auf ein paar Kommentare geantwortet, auf ältere und so. Und dann guck ich halt eben auf das Video von, das war, glaub ich, vorgestern. Ähm, und ich seh einfach neun Kommentare. Und ich sag mir einfach, wow. Und dann auch noch meine Abonnentenzahl. Hat sich ein, hat sich, sind schon fast zehn mehr dazugekommen. Also, ich find's richtig super und geil. Und ich bedanke mich nochmal an alle Kommentarschreiber, die das jetzt halt eben, und auch an alle Abonnenten, die mich jetzt, die neu dazugekommen sind, zu meiner wachsenden Community. Und ja, und ich find's eigentlich einfach ganz super, dass, boah, ich kann's eigentlich gar nicht in Worte fassen. Also, ich bedanke mich einfach an alle. An die Kommentarschreiber, an meine neuen Abonnenten, die dazugekommen sind, und auch allgemein meine Abonnenten, die seit Anfang an treu bleiben. Das find ich echt nett von euch. Danke. So, okay, gut. Dann hol ich mir jetzt mal, muss ich mir was holen. Und zwar hier, hol ich mir mal Stein dann für, halt eben, damit wir unseren Keller wieder zum Teil aufgebaut kriegen. Und die Verdächtigen, die, ähm, Vossler auch in seinem anderen Video angesprochen hat, es waren jetzt nicht Verdächtige, aber, ähm, er hat den Grund genannt, warum die, ähm, warum er jetzt halt eben, glaub ich, wahrscheinlich aus Brave austreten wird, ähm, die waren es nicht. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Weil, ähm, die, weil wir haben eigentlich schon den, die Person gefunden, die es war, nur ich sag den Namen nicht, um sie einfach zu schützen. Und, ähm, diese Person hat auch ihre gerechte Strafe gekriegt. Und, ja, und muss jetzt halt eben damit auskommen. Und, ja, okay, hier hat, glaub ich, auch schon jemand abgefarmt. So, ich hol mir einfach, jetzt mal 64 Stück. Ja, jetzt haben wir auch richtig super. Okay. Ich hoffe mal, mit dem Mikrofon, mit der Mikrofonqualität, geht das jetzt so. Ich bin immer noch am, rumprobieren, am Mikrofon, ob es so gut steht und so, wie ist das? Deshalb, so, nee, das lasst ich mal da. Ich nehm mal die Axt raus, weil die brauch ich grad nicht. So, erst mal was. Und, ja, ich weiß nicht, warum die Schnelligkeit immer noch bleibt. Naja, ich werde mich mal erkundigen, was das wahrscheinlich sein könnte. So, 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 nochmal in den Keller. Und dann muss ich auch noch neue Leitern bauen. Und, naja, dann wollte ich mich auch noch bedanken bei Elotrix und Blackhunter, dass die uns auch noch ein neues Haus suchen. Fossil und mir. Ähm, unser Blackhunter hat das hier zum Teil aufgebaut, hat's versucht, aber der hatte leider nicht mehr Materialien dazu. Und, das kann ich dann ja auch verstehen. Und, ja, und dann halt eben nochmal, Elotrix, der hat uns das Haus gesucht, der TV HD. Und, ähm, ja. So, 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 so. Jetzt haben wir zum Teil so einen aufgebauten Keller. Das hier könnte ich dann auch nochmal wegmachen. Wo geht's denn nach oben? Hier. Okay. Dann mach ich jetzt schon mal, ein paar Leitern. nicht so viele. Sondern, fünf Stück. Das müsste reichen. Auf jeden Fall. Das hier muss weg. Drei Stück. Das reicht doch eigentlich schon, oder? Ähm, so, so. Ne. Noch einmal. So. Ja, es reicht. Perfekt. Dann haben wir sogar, glaube ich, eine über. Jupp. Dann kann ich jetzt nochmal halt eben, nochmal Truhen machen, oder, ja, wir haben hier noch sechs Stück. Super. Na, das ist jetzt so eine Folge, dass wir wieder das Haus aufbauen. Und halt eben, und dass ich halt eben auch noch zeige, was hier im Rest des Office auch noch zerstört wurde. so, dann stelle ich die hier auch nochmal hin. Kann ich hier noch irgendwas machen? Also, das sieht eigentlich ganz gut aus. Nur zum Glück haben die Rüstungen überlebt. Das ist wirklich wichtig. Das war ja Fossil-Seite, das war ja meine Seite. Ich wollte ja auch noch die Schilder machen. Das mache ich da mal jetzt ganz schnell. Ja, ich habe ja noch Holz. So. Drei Stück. Perfekt. Dann bringe ich die jetzt mal hier an. Einmal hier. Mach ich mal. Game. 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 So, wo ist denn nochmal der Strich nach oben? Hier. Nee. Hier. Game. Seite. Ist jetzt egal, wegen Rechtschreibung. Fossil-Seite. So. Okay. Dann haben wir das jetzt auch schon erledigt. Und Fossil ist ja auch noch im Urlaub. Da wollte ich auch noch sagen, ich bedan... Also, erhol dich mal im Urlaub. Und... Ja. Ich hoffe mal, du hast Spaß. So. Ups. So, so. So, aber ich möchte auch langsam, wieder mal einen Kampf haben. Das müsst ihr jetzt ehrlich sagen. Denn, hier nur die ganze Zeit bauen, ist auch nicht so das Wahre. Kann man so sagen. Das mach ich da mal weg. Und das Rote lass ich da einfach mal. Das sieht schon richtig cool aus, eigentlich mit dem Roten da. So. Das baue ich dann hier auch nochmal zu. Oder... diese... Nee. Ähm... Ähm... Mä... Mä... Te... Oder sind das die Teile? Ähm... Shapeless Crafting. Warum geht das jetzt nicht? Nee, das ist was anderes. Ja, das ist was anderes. Aber trotz allem, es sieht cool aus. Also, dann lass ich's mal. Achso, das ist Blut. Ha! Hat er ja einfach mit Blut gebaut. Ich glaub, das ist sogar meins. So. Also, zum Teil ist es jetzt hier aufgebaut. Ich könnte theoretisch hier dann noch später einen Zauberraum bauen oder was anderes. Das lass ich jetzt erstmal. Das Rote würde ich mal hier lassen. Also, ein symbolisches Zeichen. Das kann ich dann hier nochmal etwas aufbauen. Hier unten würde ich das halt eben aus Stein machen. Da wird dann sowieso dann später Erde aufgefüllt. So. So. Das ist halt eben einfach wie der Aufbau des Hauses. Ich muss mir jetzt nochmal die Zerstörung hier anschauen, wie es so aussah. Weil, das ist schon nicht nett. Einfach gezielte Sprengung. Wie das hier aussieht. So richtig kaputt. So. 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 Okay. So, so. Und hier. Und ja, jetzt muss ich wieder Steine holen. Also, das ist jetzt eher so eine Baufolge. Oder was ich noch machen könnte. Ich schaue nochmal ganz kurz. Back. Back. Backpacks. Ähm. Zum Beispiel so eins. Tinte. Leder. Das war ich mit roter Farbstoff. Grüner Farbstoff. grüner. Blauer ist Lapis. Und, ja. Okay, gut. Lapis findet man hier leider, so findet man hier in unserer Gegend nicht so gut. Kann es hier vielleicht irgendwo sein? Ne, das werde ich dann auch spielleicht. Oder, ich schaue nochmal. Hm. Purple. Cyan. Sea Blue. Aus Lapis. Okay. Grau. Haben wir hier zufällig, ähm, Tintenfische? Ja, wir haben hier einen. Okay, komm, bitte drop was. Yes. Zwei Rucksäcke sind drin. Wenn wir jetzt noch Leder haben. Die könnte ich dann jetzt noch in der Folge machen. Und bin ich auch, ähm, werde ich dann auch, dann, halt eben das für die nächste Folge auch noch, verlegen, oder vielleicht hilft mir auch jemand dabei, jetzt muss ich hier irgendwie raus. Die Folge ist auch schon bald zu Ende. Mann. Und ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, denn ich habe noch was zu tun. Deshalb, oder, und hatte noch was zu tun, und deshalb, ähm, kommt auch die Folge später. Denn ich habe schon was, bei dem zu erledigen. So, so. Da kann ich hier schon mal Erde drauf tun. Das mache ich mal weg. Und, ja, renne ich jetzt noch mal nach oben, so. Und, wie macht man die denn noch mal? Erstmal Leder. Leder, Leder. Leder. Ich glaube, unser Leder ist kaputt gegangen. In der Explosion. Also unsere Ledervorräte. Mann, ey. Dann, was kann ich jetzt machen? Hm. Das sind Amulette. Macht man die Big-Teile? Ender Backpack. Ender Truhe. Okay, das würde ich jetzt nicht hinkriegen. Die macht man aus, so. Das macht man, okay, man braucht dafür, glaube ich, für alle Leder. Ja, man braucht für alle Leder, das ist das Problem. Und, wir haben leider nichts an Leder. Also, ich könnte kein Backpack mehr machen. Wenn ich jetzt vielleicht etwas lauter war, ich bin gerade näher ins Mikro gerückt. Okay, gut, die Folge ist auch schon bald zu Ende. Nein, du machst hier nichts kaputt. Oh, Glück gehabt. Ja, dann schaue ich mir das halt eben hier so an. Sieht schon cool aus. Ich habe es auch zum Teil repariert, also, naja, dann sage ich mal, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und teilt seinen Freunden mit. Und ihr könnt mich auch unterstützen, wenn ihr mich abonniert. Dann sage ich Bye mit I Bye. Bis zum nächsten Mal.